... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzurechtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Nichts als Feindlinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuckerflacht haben, nur umzuladen, wie mein Messergabel hält! Jahrelange, dass du ihn vorbelast, so nicht unbehindert! Es hat mich jeden Morgen, ich bin gegen Widerstand, in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hören, Offiziere, dich gestiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gelegt! Verräter, von allem an, von Angst, bin ich doch verbrannt und betroffen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zoffen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt um dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Aufsteigen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das in Berlin verlasse, irren Sie sich der Wald ist! Eher jaglich wie eine Kugel durch den Kopf! Das ist ein tolles Arche! Das ist ein spezielles Arche! Ein bisschen Sack-Görbungs! Ich bin sowas in Berlin! aber es ist kein Schaden! Es ist ein Schaden! Nein, Schaden!